...söhnten dann halbwegs mit dem schwachen Bayern-Spiel im ersten Abschnitt. Delhaie und solche Tore von ihm kann man ja nicht jeden Samstag beklatschen. Rummenigge selbst besorgte mit einem unhaltbaren Schuss aus gut 20 Metern das 3 zu 0. Ein ähnlich schönes Tor wie dieses von Karl-Heinz Rummenigge werden wir gleich noch von den Berliner Erasmussen sehen. Hier der Treffer noch einmal in der Wiederholung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017